Heute sprechen wir darüber, wie du über YouTube-Videos bessere Noten bekommen kannst und was die beste Strategie zur sinnvollen Content-Nutzung ist. Willkommen zurück Abitur-Läden, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. YouTube-Videos haben mein Leben verändert. Ich kann es nicht anders sagen. Es hat alles damit begonnen, dass ich vor drei Jahren irgendwann mal gegoogelt habe, wie werde ich erfolgreich und dann auf verschiedene YouTube-Videos von erfolgreichen amerikanischen Unternehmern gekommen bin und sich seitdem alles in meinem Leben geändert hat. Ich bin auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen und ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen und ich kann, ich habe auch nie so viele Bücher gelesen. YouTube-Videos waren schon immer meine Wissensquelle Nummer 1, abgesehen von meinem Studium, was jetzt noch sehr stark dazugekommen ist. Aber wow, 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 haben YouTube-Videos mein Leben verändert und das steht, denke ich, auch in einem großen Kontrast dazu, dass viele ja immer wieder sagen, die oder die Person schaut nur YouTube-Videos. Das kann man halt einfach nicht pauschalisieren. Es gibt YouTube-Videos, die sind Schrott, ja, Katzen-Videos oder sonst irgendwas. Bringt dich nicht wirklich voran. Macht vielleicht mal ganz Spaß zuzuschauen, aber das war es dann auch. Und auf der anderen Seite gibt es wirklich lebensverändernde Videos und wie du schaffst, im Prinzip YouTube für als produktive Sache für dich zu nutzen und nicht als Ablenkung, das erkläre ich dir jetzt. Erstens, Quality-Account machen. Das ist wirklich so der größte Game-Changer, den du überhaupt machen kannst. Und zwar habe ich persönlich zwei YouTube-Channels. Also, ich habe nur diesen einen Haupt-Channel, so, müsst ihr jetzt nicht suchen, ob es noch einen anderen gibt. Aber ich habe quasi diesen hier, auf dem habe ich vor allem auch andere Leute die Dinge zu Schulsachen gemacht, abonniert oder zukünftige Influencer, mit denen ich mal zusammenarbeiten will oder sonst was. Das heißt, da kommt auch viel Müll bei rum, sage ich mal, was an Videos mir auf diesem Account hier angezeigt wird. Aber, ich habe noch einen extra Account, den ich meinen Quality-Account nenne. Da habe ich wirklich nur die besten, der besten, der besten YouTube-Channel abonniert. Da schaue ich nur Videos, die mich einfach richtig weiterbringen, die gerade für mich relevant sind. Denn was so krass am aktuellen YouTube-Algorithmus ist, ihr kennt das ja vielleicht selbst, wenn ihr viel von meinen Videos schaut, ist meistens 60, 70% bei euch irgendwie blau-orange. Das ist einfach so, weil der YouTube-Algorithmus sagt, okay, die Person schaut hauptsächlich von diesem Kanal Videos, dann gebe ich der Person oder schlage dieser Person auch hauptsächlich von diesem Kanal Videos vor. Und das passiert natürlich immer. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt einen extra Account, wo ich von vornherein nur die besten Channel abonnieren, die mich persönlich richtig weiterbringen. Ich abonniere die eben, schaue nur von denen die Videos. Weil was dann passiert ist, dass YouTube alles auf diese Art von Content ausrichtet. Und wenn du nicht gerade auf die Trends klickst, hast du keine, du hast keinerlei Video-Empfehlung von irgendwelchen unterhaltsamen oder sonst was Videos. Und es fällt dir dadurch so viel einfacher, nur produktive Videos anzuschauen, anstatt die ganze Zeit, weil wenn du halt immer so einen Mischmasch hast, zwischen okay, manchmal produktive und manchmal Entertainment-Videos, dann ist natürlich klar, dass gerade wenn deine Willenskraft schwach wird, dass du dann mal schnell auf ein spaßigeres klickst. Aber das hast du eben nicht, wenn du in deinem Quality-Account eingeloggt bleibst. Zweitens, immer nebenbei schauen. Also ich weiß nicht, wie lange es her ist, als ich das letzte Mal nur ein YouTube-Video angeschaut habe. Also nur ein YouTube-Video. Ich habe YouTube-Videos, schaue ich nur nebenbei an, weil ich grundsätzlich auch so viel in der Umsetzung bin, ich kann gar nicht nur ein YouTube-Video anschauen, weil ich ansonsten gleich irgendwas Sinnvolles machen würde. Sprich, ich schaue YouTube-Videos beim Essen, ist vielleicht bei euch mit der Familie ein bisschen anders, aber das auch. Unterschiedlich. Ich meine, ich wohne ja hier mittlerweile allein, da fuck sich keiner ab, wenn ich nicht mit ihm rede. Ich schaue es während dem Abspülen ab, während dem Essen machen. Wegen all diesen Nebensachen höre ich eigentlich fast mehr YouTube-Videos. Sprich, YouTube-Videos müssen keine Zeitverschwendung sein, sondern nutzt YouTube-Videos einfach dafür, um sie immer nebenbei laufen zu lassen und du nutzt im Prinzip Zeit, die du ansonsten mit nichts oder einer sinnlosen, sinnlosen oder zumindest nicht dich wirklich verördernden Tätigkeit verbracht hättest, verbringst du auf einmal damit zusätzlich, dir noch sinnvollen Content reinzuziehen und das bringe ich automatisch weiter voran. Drittens, ein Channel am Stück. Was meine ich damit? Wenn ich auf einen neuen YouTube-Kanal stoße und merke, okay, der bringt mich irgendwie echt voran in meiner aktuellen Situation, dann schaue ich mir diesen Channel nahezu komplett an. Es gibt immer so 10, 20% Videos auf jedem Channel, die für dich vielleicht einfach nicht relevant sind, aber gerade so die meisten, vor allem die 80% sind eigentlich, weil es so immer so der Haupt-Content ist, ist ja in meinem Beispiel auch so, es gibt hauptsächlich diese blau-orangenen Videos oder auch die älteren, die sind hauptsächlich orange, voll auf die Oberstufe und voll aus Abitur, ist quasi genau das, was für dich gerade relevant ist und dann gibt es halt manchmal noch so Bonus-Videos, Kooperationen, die Leos-Live-Episoden. Das ist vielleicht nicht unbedingt relevant für dich, kannst du natürlich auch anschauen, aber in meinem Fall würde ich zum Beispiel dir wirklich empfehlen, schau dir alle Videos, die blau sind oder eben diesen orangenen Marker links oben im Eck haben, das heißt in eurem Fall hier, einfach weil du dann die wichtigsten Messages aus diesem Kanal raus hast. Und ich merke das selbst immer wieder, wenn du dir nur ein Video von einem Kanal anschaust, dann hast du kurz ein paar Informationen bekommen, aber du hast noch nicht tief genug verstanden, was diese Person dir mitgeben möchte. Und ich fühle mich dann zum Beispiel wirklich wie so ein YouTube-Normal, das heißt ich stoße auf einen Kanal, schaue mir alle wichtigsten 80% seiner Videos an und gehe dann zum nächsten Kanal. Und wenn das bei einem Kanal, der extrem viele Videos hat, bedeutet das, dass ich da 2-3 Wochen nur diesen Kanal schaue, dann ist es halt so. Aber ich möchte es wirklich tief verstanden haben, was diese Person meint, weil ganz oft geht es auch um Norsen. Das heißt in dem einen Video sagt die Person vielleicht das und das und dann zum fast gleichen Thema macht es ein anderes Video und sagt da noch was anderes und dann verstehst du erst, wie die Gegensätze miteinander spielen und verstehst quasi die Magie dazwischen, was vielleicht in einem einzelnen Video vielleicht einfach ein bisschen flacher ausfallen würde. Deswegen würde ich wirklich einfach konstant von Channel zu Channel gehen. Wenn das geil ist dann, dann schaust du vielleicht den einen Channel, hast du vielleicht für 2, 3, 4, 5 Wochen angeschaut und dann sind die Videos ausgegangen. Bei uns ist das eher seltener, weil einfach jeden Tag um 8 zu 15 Video kommt. Aber dass du dann im Prinzip einfach zum Weiteren gehst, Weiteren, Weiteren und dann kommst du vielleicht nach 2 Monaten wieder auf dem Channel zurück und dann sind, okay in unserem Fall wäre auf einmal wieder 60 Videos da, deswegen muss es los, ich schaue dran zu bleiben. Aber du verstehst, was ich meine. Das heißt auch bei Channel, die vielleicht nur einmal in der Woche hochladen, dann kommst du dann nach ein paar Monaten zurück und hast wieder richtig viele, die du am Stück anschauen kannst und vielleicht auch einfach kennst, wie sich dieser Kanal, die Personen hinter weitentwickelt hat und das finde ich mega wertvoll. Viertens, alles sofort umsetzen. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen das Problem bei den YouTube-Videos, dass man das Gefühl hat, dieses Wissen ist geil, aber es ist so schnell wieder weg. Und ich persönlich bin kein großer Fan von Notizen, macht auf jeden Fall mega Sinn, es zu machen, ist einfach nicht meine Art. Deswegen, was ich immer mache und was ich dir auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist dir bei jedem Video und nicht nur bei jedem Video, sondern wirklich bei jedem Satz, bei jedem Wort, bei jedem Tipp zu überlegen, wie kann ich das jetzt konkret sofort umsetzen. Du musst es nicht direkt machen, aber du musst zumindest mental beim Schauen schon den Tipp auf deine Situation transferieren. Weil so verinnerlichst du das Ganze viel mehr und wie wieder, was ich auch schon im Video implizites versus explizites Wissen, so quasi der, der das Lerngeheimnis, findest du auch hier rechts oben, wenn du das noch abchecken willst und nicht gesehen hast, musst du anschauen. Das ist ein Must-Watch. So entscheidend, dass du dann eben die Sachen, dadurch, dass du die Tipps sofort zum Teil von dir gemacht hast, auf deine Situation übertragen hast, schon angewendet hast, hast du die quasi dauerhaft abgespeichert, weil sie zum Teil von dir geworden sind. Und das ist eigentlich der beste Umgang, wie du da auch den Content dauerhaft in deinem Gehirn abspeichern kannst. Und fünftens, einen eigenen Kanal starten. Das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, wie du Videos anschaust und konsumierst. Aber ich persönlich kann euch nur empfehlen, startet mal selbst einen YouTube-Kanal. Warum ihr das machen solltet, finde ich auch hier rechts oben ein Video. Da habe ich das für das AA-Team von 2018, also für alle Abiturenten, die 2018 die Abitur schon gemacht, das Video heißt, warum du nach dem Abitur unbedingt einen YouTube-Kanal starten solltest. Schau, dass du es unbedingt an triffst, natürlich auch jetzt schon auf euch zu, wenn ihr in der Oberstufe seid. Weil da sind so viele Vorteile mit reingepackt in diesem Video eben, die ich da erkläre und warum die Zeit, in der wir aktuell leben, so besonders ist. Ich meine, ich kann mittlerweile von diesem YouTube-Kanal hier leben. Und das muss man einfach mal verstanden haben, wie krass es ist, dass du einfach mit deiner eigenen Leidenschaft dir was aufbauen kannst, womit du anderen Menschen hilfst, und die Sache jeden Tag tun kannst, die du liebst. Und das ist eine Möglichkeit, die ich mir zumindest nicht deswegen entgehen lassen würde, weil ich es mich nur nicht getraut habe, es einfach mal auszuprobieren. Deswegen tut es unbedingt und schaut einfach mal, wie es euch gefällt. Lieber hat man mal was gewagt, anstatt eben nicht. In diesem Sinne denkt dran, ich glaube an nicht. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. I want to know what the fuck is a team nobody gonna work harder than me especially if it's my dream I can't let none of these looks in a vein no my city's blessings I can't even see praying that I get to breathe, yeah or I can't let non-tand-tand-me